Da ist Qualm. Kann ich die angreifen? Sind das böse Banditen? Oh please, ich möchte irgendjemanden mit der Machete hauen. Hallo, ich bin freundlich. Freundlich! Hallo. Nein, ich bin ganz nett. Können wir... Können wir miteinander reden? Okay, der war... Der war böse. Der war böse. Ich muss doch Sachen ausprobieren. Ich bin neugierig. Was ist das hier für eine Kiste? Mach die mal auf. Armer Mann. Nein, gar nicht wahr. Amelisse, das ist an dieser armen Person... Nein. Da ist nicht mal was drin. Ich bin immer lieb. Also meistens, oft. Oh mein Gott. So, ich gehe schlafen. Viel Spaß noch an alle. Danke, dass du da warst, Döner. Und wir haben Spaß. Schlaf schön und ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Und jetzt schlafe ich hier auch. Bis zum nächsten Morgen. Wir schlafen jetzt 19 Stunden. Nur, damit ich kurz was essen kann. Boah, wie man das hört. Ist das so laut? Dieses Knacken. Du hast ungeöffnete Briefe oder Pakete. Okay. Meistens ist es dann so, dass dann ne Aufgabe kommt. Aber da ich gerade jemanden getötet habe, sind jetzt die Sachen alle gesperrt, ne? Howdy Liz und Shared. Howdy Tony. Wie geht's dir? Sie liste eigentlich Spoiler für dich. Wie in der Anime-Liste? Nein. Nein. Sind doch nur die Namen der Anime. Ist doch kein Spoiler. Hey, Dr. Tony. Hey, was tut's denn von mir, Mann? Wenn ich einen neuen Brief habe. Jetzt. Okay, ich mach doch nicht die Hauptmission. Ich möchte dieses Spiel einfach genießen. Auch wenn es für euch jetzt vielleicht langweilig ist, dass ich die ganze Zeit nur hin und her reite und irgendwelche Nebenaufgaben mache. Ich möchte dieses Spiel einfach so sehr genießen. Und so kann ich mehr mit euch reden. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Hauptstory mache, dann bin ich ziemlich ruhig, weil ich die Story auch mitbekommen möchte. Alle Zurückgeleser macht doch keine Hauptmission. Ja, ihr könnt mich wieder entmuten. Ja, ist einfach. Liz, kaufst du dir die PS5? Ja. Wenn ich PS5-Geld habe, wahrscheinlich. Weil die Spiele dann auch höchstwahrscheinlich abwärtskompatibel sind, dass man dann darauf auch PS4 und alles andere zocken kann. Wahrscheinlich. Aber da müsste ich sparen. Das wird dann wahrscheinlich auch wieder so 500 Tacken oder so werden. Schon übel. Aber es soll ja noch dauern. Es soll noch dauern. Kaputt von der Arbeit. Dann ruhe ich schön aus. Streamst du heute noch? Ich glaube, wir sind gerade gleich weit. Echt? Ich habe den ganzen Tag heute nur Nebenaufgaben gemacht und die Welt erkundet. Ich habe nur eine einzige Hauptaufgabe gemacht. Nur eine einzige. Ansonsten nur Nebenaufgaben und erkundet und dumme Tode gehabt. Ja. Und ich sollte mal speichern. Das wäre auch ganz schlau. Sie tötet nicht so viele Tiere wie du. Ja, das stimmt. Ich töte... Ich töte mehr Menschen. Entscheide ich spontan. Okay. Auf jeden Fall ruhe ich schön aus. Es tut mir leid. Wie viele legendäre Tiere hast du schon getötet, Liz? Wo sieht man denn die Anzahl? Ich habe ein paar schon. Also den Bären habe ich auf jeden Fall. Hier habe ich was gekillt. Was legendäres. Einen legendären Wolf hatte ich, glaube ich. Irgendwo. Hier oben waren auch noch legendäre Viecher, ne? Den habe ich noch nicht. Den Fisch habe ich auch noch nicht. Hier, irgendein Fuchs. Den habe ich. Da ist irgendein... Das ist anscheinend der Wolf. Ein paar habe ich schon. Den hatte ich gerade schon, oder? Ah, hier ist der Wolf. Den hatte ich. Ja, schon einige. Mir fehlen eigentlich nur noch einen Panther, Leguan und Biber für die Taschen. Ja, ich müsste mal die Taschen machen. Das ist unglaublich. Ich habe noch keinen einzigen gemacht. Ich renne durch die Gegend und haue die Leute. Ja, ich müsste echt mal die Tiere jagen. Ja. Zumindest hoffe ich, dass sie abwärtskompatibel wird. PC wird darauf bestimmt laufen. Dann glaube ich. Wenn sie das nicht machen, dann haben sie nicht aus ihren Fehlern gelernt und sind ziemlich dumm. Wenn sie das nicht machen. Bei Xbox kriege ich es auch hin. War doch so. Die konnten doch, glaube ich, die älteren Spiele drauf spielen. Also es wäre ziemlich dämlich, wenn die das nicht machen. Wenn jetzt extra nur für PS5-Spiele kommen, wenn sie so heißen. Und ich nur dafür dann eine Konsole brauche, dann werde ich es mir nicht holen. Wenn ich damit alles spielen kann, PS4, PS3 und was weiß ich, dann schon. Aber nur dann. Weil ich keinen Bock habe, das zu unterstützen, wenn man wieder eine neue Konsole braucht, um andere Spiele zu spielen. Das fände ich voll die Ausbeute. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja, ich bin slow. Ich glaube, ich spider hier. Das ist ja unglaublich. Wegen Katzeln muss ich jetzt die Scheiße auch sagen. Mein Pferdchen. PS3 wird, denke ich, nicht kommen, aber PS4, denke ich, auf jeden Fall. Wenn sie das nicht machen, hole ich es mir nicht, weil ich habe keine Lust, hier tausend Konsolen zu stehen, stehen zu haben und... Nee, nee. Ich hoffe auch, die Games, die man aus dem Store gekauft hat. Ich hoffe auch. Also ich warte auf jeden Fall ab. Wenn da nicht genug Infos kommen, die mir gefallen, dann möchte ich die nicht haben. Hast du schon die Mordfälle aufgeklärt? Nein, habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, auch nur eine einzige Info gefunden. Wo schaut man sich die nochmal an? Hier, ne? Glaube ich. Ich habe hier noch Schatz suchen. Einbrüche. Wo findet man nochmal die Sachen? Ich weiß das gar nicht. Irgendwo hatte ich mal so ein... Unter der Brücke hatte ich irgendwas mal gefunden. So ein Kopf, einen abgetrennten Kopf und so ein Scheiß. Ideologie? Nee, das war das jetzt nicht. Bei den Schatzkarten. Äh. Äh. Steht das hier irgendwo? Notizen? Sittenkarten? Tagebuch? Irgendwo hatte ich was. Ich habe aber keine Ahnung. Jagdanfragen? Kutschenüberfall, Brief von Paar, bla bla bla, Steckbrief einer vermissen Person. Hm. 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 Da. Da habe ich es gefunden. Aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Mit Karten? Ich und Karten? Das ist... Nee. Kauf bereut, ja, oder? Nein. Ich habe damit Final Fantasy gesuchtet. Crisis Core. Also bereut nicht. Ich habe damit sehr viel Spaß gehabt. Nur die, ähm... Der Akkus hat sich aufgebläht. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen entdeckt. Ich kann alle... Ich kann alle Verstecke spoilern. Ich würde sie auch niemals ohne Hilfe finden. Da bin ich ehrlich. Ich würde die nicht finden ohne Hilfe. Selbst wenn ich jetzt in YouTube, äh, oder... auf irgendwelchen Seiten gucke. Äh... Pasta pullen. Oh nein, der Bürgermeister. Sehr geehrter Mr. Kirger. Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Lemieux sind dies anstrengende Zeiten im Rathaus. Aber der Dienst an unseren Bürgern muss weitergehen. Der neue Bürgermeister hat beantragt, dass sie für ihre Verdienste um die Staatssondenten eine formelle Belobigung erhalten. Der alte ist jetzt also wirklich weg? Also haben wir ihn... Okay, gut. Gut. Als ich von der Gamescom aus Köln zurückkam, hatte sich der Akku meiner Maus auch aufgebläht. Ich glaube, dass es passiert, wo es hier so warm in meinem Zimmer war, dass sich das dann aufgebläht hat. Ich habe mich so gewundert, weil ich meine, ähm, meine Kabel gesucht habe. Da habe ich meine PS... äh, PS Vita gefunden. Ich spiele ja nicht mehr mit der. Ja. Da habe ich mich gewundert, warum der Deckel ab ist und habe dann gesehen, dass der Akku sich voll aufgebläht hat. Also es ist schon mal hin. Müsste ich einen neuen Akku holen. Augen offen halten, weiter Karte erkunden. Ja. Ich und Karten, wir sind... wir sind keine Freunde. Das ist wirklich schwierig. Ich und Karten, das ist... Das ist wie, ähm... Weiß ich nicht. Ich finde jetzt keinen Vergleich. Wir passen einfach nicht zusammen. Muss ich jetzt auch bis zum Abend warten, oder? Ich könnte mal zum... Schlachter gehen. Ich habe hier so ein paar vergammelte Tiere in der Tasche. Die könnte ich ja mal... verkaufen. Ich glaube, ich habe noch das Eichhörnchen in der Tasche und... die Ratte? Das müsste schon stinken. Und krabbeln. Bald rand meine Tasche weg. So. Hallo, ich möchte was verkaufen. Ist schlecht, schlecht. Kannst du haben. Gut brauche ich, glaube ich, auch nicht, sondern perfekt brauche ich, ne? Kann ich eigentlich auch verkaufen. Hatte ich nicht nur irgendwo die Ratte? Bisamrattenfell. Ne, die andere Ratte. Asenfell. Perfekt. Perfekt. Das war... Da ist es ja. Perfekt mit dir. Manche Sachen kann ich ja gebrauchen für unser Lager, ne? Also so ein... Stoßzahn und so ein Kram. Ich bin mir aber nicht sicher. Fürs Lager brauchst du hauptsächlich perfekte Fälle. Genau. Genau. Deswegen verkaufe ich die schlechten oder guten Sachen und... Hat mein Fett hier gerade hingekackt? Ja, hast du. Pfui. Du Schwein. Willkommen zurück, Killer. Oh, ich werde langsam echt müde. Meine Nase ist zwar gerade offen. Ein bisschen Luft kommt durch. Das ist schön. Aber ich merke, dass meine Augen langsam nicht mehr wollen. Was ist los? Mach den Scheiß selber. Für dich meines zu. Das ist heute den ganzen Tag abwechslend. Zu auf. Zu auf. Die ganze Zeit. Eww. Das ist ja eklig. Oh mein Gott. Ihhh. Oh scheiße, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Oh, die tut mir leid. Ich habe eigentlich nichts gegen Ratten. Ist nur im Laden ein bisschen eklig. Oh Mann. Alter, wie viele hat er denn hier? Ich höre es noch quietschen. Heute Morgen, bevor der Arbeit... ...zugegangen und läuft. Ja. Dann hat es sich leider auch erwischt. Ich höre dich doch quietschen. Wo bist du? Ich höre noch eine quietschen. Ich höre sie quietschen, aber ich sehe sie gerade nicht. Ich höre sie gleich. Wo bist du? muss von der anderen seite ist ja eklig erst mal ein donut essen macht das longstream heute ich mache doch immer so lange auch wenn ich krank bin weiß ich wie lange ich noch mache ich merke dass meine augen grad so nicht mehr wollen so fertig pünktlich um vier uhr das würde ich glaube ich habe das mit dem messer erledigt stimmt hätte ich auch machen können na gut ist hier noch woanders eine bar ich möchte was trinken die ist zu warum ist die zu was soll das eröffnet die erst am abend ich glaube das d d d d d d d d Vielen Dank.